der schotzen 23 50 50 jetzt nicht unbedingt so pralle aber jetzt kann man sich einschlagen löde schwarz was kannst du so überhaupt nicht kochen also was ist das einfachste gericht gewesen was du jemals versaut hast bei me 23 wie bin ich denn das einfachste gericht was ich mal komplett versaut hat waren spagetti mit tomatensoße 8 uhr heiliger und ich würde dich nicht beleidigen mit fünf blocken zu wenn ein angriff des items zerstört das für ein blödsinn jetzt nicht böse gemeint zwei bogenschützen würde ich trotzdem nicht beleidigen meimi tut mir leid heute muss und wir dichten jetzt sind dahin du kannst da hoch 1 2 3 4 5 6 gut haben noch sechs lehre feldchen hier können wir uns mal wieder heilen ja ich bin frech angrenze waffenheit und plus zwei brand und das ist wieder hier unten mit hermeta morgen wohin und die hallüchen ich bin salzig maimi ist angepisst auf blight and tails habe ich ungefähr 10 20 minuten oder halbe stunde ausgeschaltet weil es derzeit ich gerade ein frust grinding ist und backpack hero läuft auch nicht so super wenn ich ein item entlang einer diagonalen linie befindet diese seite wird sind immer noch genügend zwei plätze ja ich bin wegen 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 auf breiten teils ziemlich salzig gewesen so unser fluchschmied drei schaden und schwer zu einer waffe hinzu haben wir schon einmal 34 schaden zu einer waffen zu wenn neben oder diagonale rüstung ist und die akt deaktiviert fügt 1 1 1 1 zu einem ring zu wenn sich eine drei block zu einem schild darf nicht am rand liegen das top hat er draufhauen dann wollen wir nichts ich habe gesagt was anderes bei emi und warum du angepisst ist bin ich ich bin der grund dafür so ja verbrennlich 6 ist derzeit ich geht sogar noch vom schaden her wir heilen uns langsam hoch du dein so deutlich besser aber ich bin froh dass ich zu hause war warten wir die runde ab damit er den verwünschung oder was macht mir für wünsche ihr blog mal ganz kurz damit wir hier ein dings drauf kriegen und hoffentlich dadurch ist ja du bist ja schwer schuhhut nummer eins schuhhut nummer zwei so mehr brauchen wir nicht du bist bei dem dringendreißig rüstung jetzt können sie uns alle mal ganz gehörig am ruhe lecken ich bin froh dass ich die woche ausgesetzt habe ich habe eigentlich die krankheit schon seit wochen mit mir rumgeschleppt ich bin halt trotzdem immer wieder auf arbeit gegangen und hier item schwebt plus einen schaden hoffen in dieser spalte halten diesen kopf 200 ich bin auch noch lebensmittel einzelhändler also noch mal schön deutlich viel mehr dahin du kommst dahin da hin müssen wir mal ganz kurz mit ein bisschen weniger rüstung auskommen ein diagonales schild verwendet wird auch wieder fünf freie plätze 123 das heißt zwei müssten weg du bist dahin so war ein blog zusätzlich ja teilt ist wichtig wir beginnen mit wir brauchen dich um den fluch trotzdem nicht dass wir euch nicht vorher schön zusammenschlagen du bist weg bei 3 so bei 15 das wird zu viel schaden müssen einmal blocken jetzt kommen auch die noch dazu einmal benutzen die blöde schnecke über den haut joddern schicken die blöde schnecke beschwört wieder ich will warten bis die uns noch einmal diesen diesen gar gut der stirbt bei 12 du bist weg stirbst hier können wir noch mal eine mitgeben weiter wird dich ausgeschaltet müssen nicht noch mal tauschen du kommst mit ich trink mal gleich wieder voll das wenn ins beeindruckend wie du eigentlich normales fliegen kannst ich nutze hier so eukalyptus menthol bonbons viel trinken viel flüssigkeit heißen team todig um halt um halt ordentlichen speichelfluss zu haben damit halt der als schön geschmeidig bleibt funktioniert ziemlich super es kommt halt jedes mal darauf an wie schwer die krankheit ist die man gerade erwischt kriegt ich hatte halt den vorteil dass ich eine relativ milde form abgekriegt habe dahin wieder dahin ist hier oben in die ecke 1 2 3 4 5 5 freie plätze wir brauchen nichts hiervon und dazu dir ich mache mir zuerst fertig und prügeln wir auf dich ein kommt aber auch darauf an was du intus hast ich würde zum beispiel nicht empfehlen energy drinks zu trinken weil die machen deinen hals ebenfalls noch mit rau greift nämlich die leimhäute mit an was soll die was soll die klingt super items erhalten wo du dahin du ist dahin 24 5 5 plätze frei auch schon anzeigen brauchen wir dich direkt für irgendwas wir brauchen trinke er kann weg ich werde gucken ob ich heute noch mal schlafen eigentlich ziemlich wach mit einer tasse kaffee liegen nicht gedruckt ob zu einem schild leitfähig also eine rüstung regeneration zu einem ring geht nicht mehr oder nee gut oder gut zu einer kampfwaffe brauchen gerade nichts wir haben hier eine kiste dieses titel nicht wundert das ist mein fuchs der kran seine spiele wieder ausmacht hier ist herr fuchs der fuchs tritt aus dem schatten hervor du bist beute sagt er wenn wir kämpfen werde ich kurzen prozess mit dir machen bist du freund oder feind ich bin ein freund er nickt und tritt zur seite um nicht passieren zu lassen sein schwanz zuckt intensiv du hast glück dass er dich am leben gelassen hat nein das ist nicht mein fuchs im game hast es mich nicht bereuen ja ich will er wird sich nicht bereuen lassen ich bin ein feind er zieht sein schwert und kommt langsam auf dich zu er macht es bei meinem ersten angriff 27 damage hat 360 lebenspunkte kennen wir ja schon den wunderschönen fuchs diese schurken sind für ihre schnellen bewegungen und verteidigungsfähigkeiten bekannt Achtung super gefährlich ach die klopfen wir schön zu brei die rauchwolken sind halt bloß jedes mal ziemlich nervig da hin zu denen jedes mal an du kostet er löst sich selbst aus noch einmal schön macht er jetzt jede zweite runde das kann uns großteils egal sein ich glaube ihn langsam aber sicher zu Tode zerrücken vor allem mit dem feuer das er abgekriegt hat nächstes rot ist er platz und wir haben den fuchs rapier eine legendäre waffe wenn benutzt ursacht zehn schaden füge ein block hinzu angrenzen und diagonale schilde erhalten in diesem kampf plus 1 block wird natürlich sofort ersetzt und diese waffe brauchen wir auch für eine forschung und zwar für das rapier aber nicht mehr wir haben genügend block hier haben wir noch eine kiste wir haben aber keinen schlüssel gott du wolltest auch mal wissen von wem wir das schwert kriegt von diesem fuchs warst du das glaube so und uns sagt etwas der klingelmeister mit klingenden klingen was ich tue gut oh nein er fängt an mit blocken was machen wir denn jetzt dagegen 30 schaden gehen so easy ignorieren wenn ich das jetzt einmal einsetzt dann kriege ich 19 block dazu das heißt so viel wie er an einem angriff machen würde jetzt 23 ich habe gewonnen juhu da darf man nicht hin legbar dahin kommt zum glück kein kampf mehr da ein großer sack mit zurück und noch mal ein leuchte steinchen so wuschung forschung 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 wir können das rapier erforschen war nicht hier war nicht hier war nicht hier war das denn ich gehe einfach die häuser einzeln mal durch die spiele ob die waffen links war das hier können wir jetzt die rote die rote flamme weg geben und dafür erhalten wir immer wenn ein status effekt entfernt wird flüge verbrennung in der höhe der entfernten menge hinzu dieser effekt gilt für alle ein weiterer digs erforscht hier ist immer voll da hinten ist nur ein blödes haus ewig blablabla hier hat nichts von dir hier gibt es nur fisch fischerei hier war es auch nicht das rapier wenn benutzt verursacht acht schaden wenn angegriffen dieses item erhält erhält sieben schaden bis bis es verwendet wird also beim ersten macht es nur acht schaden und dann jedes mal 15 läuft den die flamme ich glaube die brauchen noch ein paar mal jetzt haben wir den flammen hammer einen selten haben wir kann einmal jeden zug benutzt werden hämmert die zwei hämmert die zwei feld entfernt sind erhalten plus vier brand wenn benutzt verursacht neuen schaden ganz lustig wenn wir einen bauarbeiter run machen und wir werden auch gleich aufhören wir gucken hier nochmal kurz durch den peridot können wir einmal einsetzen dann er gibt pfeil projektil für jedes leere feld nach rechts plus zwei gift die sind so derbe stark die pfeile aber sonst noch was ist noch freischalten können hier eine quest magisches bogenschießen du beginnst mit diesen items du kannst diese items nicht finden das heißt ich habe bloß diese ok der juwelier wir machen nach und nach alles alle haben wir nicht was anderes was sie noch nutzen können nö so dann hauen wir wieder den gesamten rest einmal in die verkauf fertig und das war's dann für heute haben wir noch einen kleinen run gemacht das werde ich jetzt höchstwahrscheinlich jedes mal am ende machen bis zum nächsten